Howdy, ihr reudigen O'Driscolls und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Red Dead Redemption 2. Freunde, ich bin aus dem Urlaub zurück. Es geht wieder weiter. Es ist eine Weile her, liebe Freunde. Aber jetzt müssen wir tatsächlich unser Versteck durchsuchen und ich habe so die Befürchtung, da ist keiner mehr. Und Freunde, ich muss das mal kurz erwähnen. Was ist denn, während ich im Urlaub war, abgegangen? Holy moly, wie viele neue Leute dazu gekommen sind. Freut mich, dass ihr auch mit am Start seid. Ihr reudigen O'Driscolls. Hallo? Ja, hat mich sehr gefreut, als ich das gesehen habe. Noch mehr Infizierter. Anybody here? Howdy, boy. Girls. Hier muss Schreckliches vorgegangen sein, wenn selbst der Hase Selbstmord begangen hat. Charles. Susan. Bitch. Kevin. Keiner ist hier, nicht mal Kevin. Guck mal, ich gehe gleich ins Haus, Freunde. Ich gucke erst mal hier. Aber. Was ist das eigentlich für eine... Pass mal auf. Was ist das für eine weiße Kiste hier? Als ob man die nicht zerschießen kann. Kann man nicht. So. Alright. Dann gehen wir jetzt einfach rein, Freunde. Wir gehen rein. Hallo? Hallo? Oh, das Brot schimmelt schon. Das Essen schimmelt. Wir müssen schon sehr lange weg sein. Also, zumindest ein paar Tage, aber das steht hier. Drunkel Tacitus. Drunkel Tacitus, I do so hope you enjoyed your vacation. lucky you leaving like that and you always suggested you were too old for travel i hope you and your cousins enjoyed yourselves me and your grandnieces have decided to take a trip of our own as the place has become so dreary and godforsaken in your absence we've gone to visit relatives from my daddy's side you are not yet acquainted with them in la quay a small village just north of saint denis it's buggy and muggy but apparently neither is too bad at this time of year please come see us when you can you're sincerely caroline well thank you darling niece caroline i guess i'm coming to see you in the k milton keeps sending us back every day to search this point quite clearly isn't a gang of outlaws hold up here someone is here look those are fresh footprints looks like someone might be dumb pinkertons there's always someone everywhere let's look around see if you can find something for mr milton mr milton i'd like to find a poison snake for him that's enough mr johnson you take mr bunter und die nehmen wir noch mit verdammten pinkertons oder so ist nur da so ich bin ein bisschen beruhigt mich hat geschrieben ein ganzes zeug ist noch auf pfeffi aber wo ist der eigentlich wir sind wieder zurück wo ist eigentlich mein original pfeffi sein pferd ist fort sein pferd ist fort sollen das heißen wann kommt das wieder urlaub oder willst du noch nachher pfeffi war auch im urlaub der hat noch ein paar tage länger gemacht ein paar leute haben geschrieben dass jetzt richtig abgeht ab jetzt also die story ich bin hier spannend mein pferd ist fort aber jetzt wirklich für immer fort oder muerte die 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 Ist das Bill? Und Abigail, tatsache. Ah, Piercy. Ah, Frankel, alles klar. Oh, Charles hat eine neue Friese. Oh, der Eintopf, Freunde, der Eintopf ist fertig. Es ist... Hat sich alles gelohnt, Freunde. Der Eintopf ist fertig. Oh, Datschi. Wie haben Sie sich von uns gefunden? Was ist passiert? Oh, Datschi. Kann jemand mir einen Kaffee oder so? Was ist Mrs. Adler, der uns schloss, Dutch? Nach dem Verzügel in St.Denis, sie hat uns weg von der Kampen, bevor die Pinkertons aufgerufen. Dann, Mrs. Adler und Mr. Smith haben die Dägeneraten hier geschützt. Mrs. Adler, wir uns uns schloss. Ja. Danke, Datschi. Danke. Es ist wirklich schwer, Dutch. Wir, wir haben überleben, aber nur nur. Was werden wir tun? Die Dinge haben sich schwer gemacht. Es gibt keine Wahrheit über das. Verrückt mich. Ich werde uns raus rauskommen. Das ist nicht vorbei. Immer noch nicht. Interessiert sind wir in unseren Erwachsenen? Ich glaube, wir sind mehr interessiert, in die Händen auf unseren Händen zu entfernen. Das ist ein glückliches Nymph von der Prairie, nicht du, Abigail? Oh, sicher. My fair heart jumps for joy when I set eyes on you, Micah. Wir buried Hosea, Dutch. Charles and I stole his body from the law one night and gave him a proper burial. It was real nice. Yeah. Well, here you is. Well, I asked everyone I could find. And eventually someone new said you fools were out here. Shit. Give me a drink or something. Your own damn drink. In our absence, Mrs. Adler here has been looking after. After things. Now sit down. This is Agent Milton with the Pinkerton Detective Agency. Already? Oh, shit. Ganz vergessen. Oh, neuer Tagebucheintrag. Dafür hat der Arthur also jetzt gerade Zeit. Ach, du scheiße, wie das aussieht. Krass. Oh, boah. Oh, boah. Warte. Warte, Sadie. Hier holen wir uns, Sadie. Where are we going? This way. There's a trap door into the other house. We can try to flank them. All right, girl. Get up here. Where are you going to run through now? We've wasted enough time on you. Okay. Take the other side. You mistook it for me. Why have assumptions? Now I will show strength and you may mistake it for brutality. There is no escape for any of you. I shall hunt you to the ends of the earth and the end of time. This is really starting to irritate me. Oh, okay, krass. Wir haben jetzt quasi die Anzeige, wo wir sie tödlich treffen. Und es geht weiter. Okay, let's go. Kommt her, Freunde. Kommt her. All right. All right. Ich sehe nichts. Aua. Scheißegal. Immer drauf. Ach, du Scheiße. Oh, fuck. Sack. Kommt her. I'm in the tree. Get up. Kommt her. Zack. All right, baby girl. Jetzt wird misgeballat. Bill, du Scheibst. Zack. In aller Richtung einfach. Auf die eigenen Leute. Boom. Boom. Alter, bin ich am Shaken da? Mach schon. Ich mach schon. Alter, der Kopf war weg. Der Kopf war weg. Nicht den Kopf verlieren, Leute. Komm, ich will noch ein bisschen. Schade. Oh, boah. Ich dachte, der schneidet denen den Kopf ab. Schade. Es wird sie ein bisschen Zeit geben. Es wird sie ein bisschen Zeit geben. Herr Pearson, Frau Grimshaw, start packin' up. Javier, du und Bill, raus. Schade aus hier. Schade aus irgendwelchen Schäuern, die noch loiteren. Wir brauchen ein paar Tage. Jetzt, bitte, gentlemen. Sorry. Was ist jetzt? Wir brauchen ein paar Zeit. Ich brauche ein paar Zeit. Wir können nicht nach links gehen, weil wir dann in den Ocearen sind. Wir müssen nach links gehen, glaube ich. Ich brauche jemanden, einen einen... ... der Zeit, einen von euch. Du hast es geschafft, Boss. Du immer machst. Was geht mit John, Dutch? John? Er ist in Jail. Wir holen ihn. Es gibt Salka. Das wird nicht so kommen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Sie werden mich verletzt. Das war's. Das war's. Okay. Ich werde dich herausfinden, wie wir uns zu retten. Jetzt? Ja, jetzt. Ich werde mir einen Toil's Tavern auf Millione Avenue. Okay. Ich bin jetzt. Mein Herr, was ein Dach. Alles. Keine Ahnung, was passiert mit ihm. Das ist schwer. Alle für uns. Keine Ahnung, was ich Deutsch, der fahmer damit von uns was. Mein richtiger Pfeffi. Er ist wieder da. Pfeffi ist wieder da. Ein Traum, ein Träumelein. Alright, Freunde. Ich glaube, wir haben unseren Kram wieder und wir... Alter, ich sehe ja aus wie Bill. Ich muss mich mal rasieren, Junge. Oder wir lassen den jetzt mal richtig lang wachsen. Das können wir natürlich auch machen. So, Freunde. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte gerade irgendwas machen. Was war es? Was war es? Schon wieder vergessen? Schauen wir doch erstmal auf die Karte. So, hier ist jetzt unser neues Versteck. Das Sadie. Und wir haben Dirt. Und sonst erstmal nix weiter. Ähm, 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 ähm. Jut. Komm, weißt du was? Wie sieht's denn eigentlich... Der Schnurrbart ist auch gewachsen, ne? Dann lass doch mal... ...bischen rasieren. Und wieder nur den Schnurrbart stehen lassen. Ich glaube auch, wir müssen uns mal wieder eine neue Klamotte zulegen. So. Ah ja, hier geht ja immer mal was vor im Camp. Oh. Oh. Tief ein und aus ein. Ich bin sehr glücklich, dass wir noch nicht auspacken, Mr. Morgan. Du hast noch meine Sachen? Natürlich! Vielleicht... Komm mal, wie der Dutch ist. Er scheint nicht ziemlich selbst zu sein. Kann ich auf jeden Fall tun? Karin, haute. Mary Beth, haute. Oh je, Karin. Muss man mit der Kamera ein bisschen runter. Oh, sie hat's bemerkt. Kann ich mich überhaupt rasieren hier irgendwo? Oder muss ich jetzt für ewig so rumrennen? Okay. Muss ich dann echt zum Barbier, Junge? Muss ich dafür Kohle ausgeben oder wat? Warte mal, Waffenkoffer umziehen? Dann muss ich mich doch hier an... Jacky, boah! Er hat aber auch ne komische Stimme. Warte, na, seitdem im Reaction-Video... Ich trau Jack nicht mehr. Jacky, boah! Alright. Dann, äh, würde ich sagen, machen wir nach... Saint Denis. Pearson. Good to see you again. What do we do now? Clearly we need to move. I speak to Dutch. Mr. Swanson. Oh, hello Arthur. Reverend, good to see you again. You too. But this is a mess. A real mess. Mhm. Ah, no. Alright, dann würde ich mal sagen... Ab nach Saint Denis. Ah, remember me, boah. Pfeffi ist jetzt auch aus dem Urlaub zurück. So, das ist ja gar nicht so weit. Ist ja gleich um die Ecke. Die verdammten Moskitos hier, Junge. Alter, was flitzt denn da dann? Ach, das war ein Schatten. So, und es wird wieder schön gegrüßt. Howdy, howdy, howdy. Hey there. Harry. War da jemand? Hab ich jemanden umgeritten? Echt? Ja, okay. Keine Anzeige nötig. Äh, ich hab... Ich hab den echt nicht gesehen. Howdy, ma'am. Howdy, ma'am. How are you, ma'am. How are you, ma'am? How are you doing? Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Howdy, boys. Howdy, howdy. Hey, partner. How there, mister. Wie sieht's denn eigentlich aus? Oh, wir sind schon nicht schlecht. Da geht noch was, aber... Wir sind schon ein ziemlich netter Bursche. Omi hat uns lieb. Oh. Oh, hier, guck mal. Komm, lass mal gleich zum Friseur gehen. Das sieht wirklich ein bisschen garstig aus. Wir können ja auch mal gucken, ob wir irgendwie eine neue Klamotte kriegen. Aber sowas von, Junge. Haare schneiden. So, Haare können wir ja mal wieder ein bisschen länger wachsen lassen. Bärte. So. Schneiden. Ich würd' sagen... Ja, komm, so nen richtig fetten Schnurrbart lass mal stehen. So, aber... Können wir den vielleicht noch ein bisschen ordentlich zwirbeln? Das sieht ja garstig aus, Junge. Und vor allem können wir das nicht einfach mal auch glatt rasieren? Da ist überall noch Haar. Das hat sich doch nicht... So. Oh Gott. Ähm... Ich glaube nicht. Haare... Was können wir da nochmal... Frisuren? Ja, komm. Ne, das sieht schon sehr cool aus. Ja, nur der Schnurrbart stört mich ein bisschen, dass der so... struppig aussieht. Aber egal. Freunde. Egal. Ja. Ja. Wenn wir uns zufrieden, sagst du anderen. Wenn wir nicht, sagst du uns. Danke. Wirklich. Okay. So, wir gehen jetzt erstmal unseren Boa retten. Johnny. Johnny Ball. Out of the damn way. Out of the damn way. Da. Jetzt bitte nicht weiter. Da ist gar keiner drauf. Ja, das war gesundes Hustenblut. Wir holen Sie einen Doktor. Komm schon, es ist nicht weit weg. Juste nach der Straße hier. Lass mich einen Moment. Ich werde dir einen Moment sein. Ich werde dir einen Moment sein. Die Wege trennen sich? Howdy. Heute fragen sie, sind sie privat versichert? Props gehen raus an alle Ärzte, war ein Spaß. Sprech. Mal wieder. Lass mich deine Sprache sehen. Ja. Was ist das? Das ist nicht gut. Ich glaube das. Ja. Du hast Tuberkulose. Ich bin wirklich entschuldigung für dich, son. Es ist ein Schmerz. Du bist echt krank. Es ist eine Progresse. Und du bist... Die beste Sache ist die Rest. Und... Ist das möglich? Ja. Ich kann nur meine Winteren in meine Country Club in California. Nein! Das ist nicht möglich. Als ich sagte, ich bin wirklich entspannt. Ja, naja. Das ist das ja... Ja, warte, warte, warte. Let me get you a little bit more energy today. We can't change what's done, we can only move on. You have it in you, I can tell. He didn't have a choice. He was good and he did good. He was good and he didn't have a choice. He was good and he didn't have any benefits of a limited amount of Nahrung and Getränke. How can you do it? Yeah, friend, I'm not going to greet you here, anyone to greet you now. Das wäre irgendwie unpassend. Ich würde sagen, das ist ein guter Punkt, um die Folge zu beenden. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns morgen zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.